Und dann natürlich noch mal der Hinweis, wir hatten es heute Vormittag sehr ausführlich, deswegen nur noch mal ganz kurz, Struktureditor für alle, das ist unser Schlagwort. Das heißt, jeder von Ihnen kann mit dem Grundumfang kostenlos arbeiten. Nutzen Sie die Gelegenheit, starten Sie mit der modellorientierten Tragwerksplanung. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!